Hallo, Hallihallo, da bin ich wieder, eure Mavi. Heute geben wir die Gewinner der Verlosung bekannt. Und ich will mich nochmal herzlich dafür bedanken, dass so viele bei unserer Verlosung mitgemacht haben. Es waren einfach so viele und es waren so, so, so tolle Kommentare dabei. Und ja, jetzt geht's los. Und wir packen von hinten an vom fünften Preis. Und der fünfte Preis geht an Aline Kempf. Herzlichen Glückwunsch. Denn Tom wollte und die Haringe, viel Spaß damit. Und der vierte Preis ist einmal der Dreamy und die Haringe, die gehen an Jule Kröger. Ja, ich gratuliere. Viel Spaß auch damit. Und der dritte Preis, das ist einmal der Dreamy und der Tangle Teaser, der geht an Werra Kreuz. Und jetzt, ich gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Und der zweite Preis, der zweite Preis, das sind die beiden Tängelchen da und der geht an L&M Gymnastik Live. Ich gratuliere. Und jetzt sind wir schon beim ersten Preis. Das ist die Sofortbildkamera. Und der geht an Jule Kröger. Herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere. Viel Spaß damit und macht schön viele süße Fotos. Die Gewinner bekommen gleich eine Privatnachricht von uns und wir schreiben die Gewinner nochmal in die Infobox rein. Bitte meldet euch innerhalb von 48 Stunden bei uns, weil sonst müssen wir leider andere Gewinner für die Preise auswählen. Alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, die sollen bitte nicht traurig sein, weil ich habe auch noch einen Trostpreis. Und zwar habe ich einen Rabattcode für euch für alle Dreamy Bestellungen bei Amazon bis Ende Juni. Der Code wird hier gleich eingebendet und wir schreiben ihn nochmal in die Infobox. Da bekommt ihr den Dreamy dann 5 Euro günstiger. Egal ob ihr euch einen schwarzen oder einen weißen Dreamy aussucht. So, ich hoffe meine Verlosung hat euch viel Spaß gemacht. Ich fand sie ganz toll und mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste Verlosung. Tschüss!